Yo Leute, ich bin's wieder, willkommen zurück zu Mega Man. Im letzten Part haben wir Leg Man besägt und jetzt fangen wir mit Ice Man an. Die können nervig sein, aber die kenne ich zum Glück noch, die Welt. Wegen diesen, ja, G2. Mein Troller wollte grad nicht, aber egal. Ist nur ein Treffer. Die muss man Headshot geben, dann sterben die instant. Habt ihr gesehen? Also sonst, sonst sterben die manchmal an uns. Was für ne Kacke. Die Musik ist wieder cool. Ich mag generell die Mega Man Musik. Aber die von Mega Man 2 ist besser. Ah, egal. Ich hab den wieder vollgebracht bekommen. Kommt, geh weg für die Bonuspunkte. Bonuspunkte. Die machen einen Haufen Damage. Na, ok. Reingeglitscht. Boah, that trick. Wow. Bonuspunkte. Die bringen immer Bonuspunkte, glaub ich. Leben mächtig an. Ich brauch die Bonuspunkte. Das war, glaub ich, scheiße von mir. Ok. Ob der sich in das Ding reingegliedert? Boah, das ist nervig. Das ploppen gleich die Blöcke. Ich hoffe, ich kann das noch. Ist das jetzt hier lang? Ah, ok. Ich darf jetzt first tryen. Oh nein. Ok. Zweiter Versuch. Eigentlich muss man sich das erstmal einprägen. Aber ja, ich müsste das eigentlich noch kennen irgendwie. Wo? Wo? Komm, wieder zweiter. Zweiter Versuch geht immer. Das weiß ich auch, wo die anderen platziert werden. Ja. Da hab ich mir gerade noch ein bisschen einen track. Und das hier ist die bödestste Kacke der Welt. Ganz im Ernst. Tschüss. Danke. Ja. Ich hätte, ich wär sowieso getroffen. Ich hätt warten müssen. Sag nicht Game Over. Ok. Game Over. Ich mach's gleich aber leichter. Ganz im Ernst. Ich mach's gleich aber leichter. Das ist blöde. Das bleiben eigentlich nur drei Kugeln in diesem Screen. Ich will ja mal die Bonuspunkte haben. Wollen die nix bringen, weil ich eh mal Game Over gehe. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Extra leben sind, also. Oh, wie rutscht man? Aber jetzt kommen hier keine. Diese. Pinguine. Fliegenden Pinguine. Das blöde ist, man kann ja auch nicht paralysieren oder so. Oh. Ist da knapp. Ja supi. Ok. Ein bisschen Konzentration. Und dann hat man schon. Das ist jetzt nicht so schwer. Das hier mach ich mir jetzt viel viel leichter. Na komm. Ich mach's mir leichter. Wir haben ja jetzt die neue Fähigkeit. So. Und das mach ich jetzt die ganze Zeit. Geht auch nicht die ganze Zeit. Weil's nicht geht. Schade. Nein. Nein. Egal. Ich bin nicht Game Over. Das ist gut. Dafür ist der Endgegner extrem leicht. Wow. Das war aber kacke. Ah. Vergessen zu. Ja genau. Wow. Ich vergesse nicht wieder zu springen. Nein. Ja genau. So. Da muss man sich leider ein bisschen konzentrieren. Aber ich denke mal das ist jetzt nicht so das Schlimme. Nein. Okay. Das war jetzt mal. Normal. Okay jetzt. Volle Konzentration. Oh Gott. Okay. Was? Ey. Ne. 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 Das war ein Cheat. Und das war irgendwie. Der hat gescheatet. Er hätte mich niemals treffen können. Wenn die auf ihn drauf wären. Schon wieder so ein Scheiß. Ne. Ne. Ehrlich nicht. Ihr habt's gesehen. Das war ein Cheat von denen. Ja. Der hat mich abgetrieben. Mann. Boah. Das war ein bisschen zu früh. Das mag ich ja gar nicht. Ey. Wake up. Ey. Lass mich in Ruhe. Ja. Du weißt. Du kannst dich angesprochen fühlen hier. Ach komm schon. Aua. Boah. Wehe. Da passiert wieder so ein Scheiß. Der hat mich niemals treffen können. Boah. Das war knapp. Noch so ein Typ. Und so ein Landsprung. Okay. Boah wehe. Was. Nein. Nee. 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 Anzeige. 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 Sofort. Ey. Ne. Ich wollte es ja ohne Cheaten versuchen. Aber wenn es nicht anders nicht geht. Dann... Nö. Hab ich jetzt voll. Nee. Hab ich jetzt voll? Ja. Ja wenigstens können wir diese schöne Musik weiter hören. Und ich fick die ganze Zeit Bonuspunkte. Leben. 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 Ja, hat sich jetzt viel gebrochen, hat jetzt nicht gelohnt. Ja, danke. Baulisieren und nein, okay. Komm schon, das ist aber Betrug, Betrug ist das. Ganz im Ernst, na egal, jetzt habe ich fast wieder voll, ich sheete gleich, okay, sheeten nimmt man das nicht, aber ich mache es mir leichter, ich wollte es eigentlich normal durchspielen, aber ich mache es mir jetzt leichter, ich habe schuld, Capcom wieder, ne? Verscheißen die mich hier, ey, ich habe es ja gar nicht, so was mag ich, Controller, danke. Controller wollte gerade nicht, komm schon. So. B betrügt mich wieder. Nein. B betrügt mich wieder. Nein. Die sprechen sich ab, ich merke das schon. Wow. Das geht ja noch, damit kann man ja noch leben, aber das andere ist einfach unmenschlich. Ich frage mich, wie man dieses Spiel ohne einmal zu treffen schafft. Wenn das jemand kann, also ohne getroffen zu werden, nicht sterben, ohne getroffen zu werden. Ne? Dann weiß ich Bescheid, ne? Dann weiß ich Bescheid. Jo, danke, danke, danke. Echt, das wollte ich, genau das. Aber das andere Ding ist jetzt nicht mehr da. So. Einmal darf ich noch sterben. Boah, ich dachte schon, Alter, schieß noch langsamer. Wie soll ich den kriegen? Boah, ich dachte schon. Betrug, betrug, betrug. Das ist so krass. Das ist so heftig. Unfrustrierend, auch zugleich, ey. Boah, ne. Das ist so... Ne. Ja. Ja, genau. Das muss ich auch noch versuchen. Hm? Ich glaube, jetzt darf ich das nicht mal machen. Hier muss ich noch mal spielen. Ja, ich hätte ein Save-State sein machen sollen. So. Ne. Das ist mal nicht normal. Ey, ne. Jetzt dürfte ich dir niemand mein Leben holen, oder was? Wow. Aber das Leben hätte ich doch trotzdem gerne gehabt. Ich glaube, jetzt nicht wieder das Riesenteil. Ja. Ja. Ja, noch mehr Damage kannst du auch nicht machen, oder was? Geh mir wenigstens Leben. Ja. Gebt mir gar nichts. Hab ja auch kein Problem mit. Boah, Junge. Boah, Junge. Ja. Drei Schläge, der ist tot gewesen, ey. Boah, Junge. Oh, Mann. Ja, gut. Was war's dann mit dem Punt? Wenn's euch gefallen willst, dann gib einen Daumen hoch. Und. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Mal bei Fireman. Bis. Dann. Tschau. 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 Tschau.